guten morgen leute ich bin wieder da und zwar geht es um den laden den ich ja schon erwähnt habe vor den vorherigen videos tut mir leid dass ich mich erst jetzt melde ich war im urlaub fast zwei monate und davor haben wir halt den laden aufgebaut der laden ist soweit fertig wie ihr seht der laden gamebox ist von meinem freund also mein freund hat den namen erfunden wir haben uns dafür entschieden ja so gesagt der laden ist fertig ich werde versuchen demnächst auch gameplays wieder zu bringen oder wie soll ich sagen commentaries ich arbeite hier im laden und mein pc ist auch im laden deswegen wundert es euch nicht wenn ein kunde dazwischen kommt oder sowas geht es auf meine facebook seite und liked sie teilt sie bitte damit der laden noch seriöser wird also noch bekannter weil wir verkaufen von playstation 1 spielen bis ps3 von super nintendo gameboy color alles möglich wir haben noch die ganzen konsolen da etc zubehör dies das ps1 spielern wir auch noch da genügend 3ds gamecube alles möglich ist da ich würde mich freuen wenn ihr das video liked und auf der facebook seite auch liked das war es eigentlich soweit von mir euer bläden